Bei einem Interview, bei einem Video zählt immer der persönliche Eindruck, weil ja die emotionale Komponente mitspielt. Wir zeigen hier in drei Minuten, wie ein Medientraining stattfinden kann. Darauf kommt es an. Wir zeigen, wie man Botschaften publikumsnah verpacken kann, also kurze Statements formuliert. Es ist wichtig, dass man ein Interview richtig vorbereitet und der professionelle Umgang mit Medien, mit Journalisten zählt dazu. Der Ablauf eines Trainings erfolgt in vier Schritten. Wir starten mit einem Vorgespräch und bestrechen das Thema, wie oft ein Training stattfinden soll und was zum Fragenkatalog zählt. Danach hat der Interviewte sicher Zeit, sich vorzubereiten, vielleicht einen kleinen Text schreiben oder ein Statement zu lernen. Dann erfolgt das effektive Training vor der laufenden Kamera und wir üben. Jedes Video wird begutachtet, wir besprechen, was gut war und was man an Persönlichkeit noch verbessern könnte. Das praktische Üben zahlt sich sicher aus. Wir bearbeiten Argumentationstechniken, wir lernen, wie man passende Statements formuliert und der Einsatz der Stimme, des Körpers, der Mimik ist auch wichtig. Nicht jedes Interview ist gleich. Ein Radiointerview ist nicht dasselbe wie ein TV-Interview. Und es gibt auch Tricks, was man tun kann bei Nervosität. Der Kunde bestimmt den Takt, wie er trainieren möchte. Das Training kann im eigenen Büro oder extern stattfinden. Und es bestünde auch die Möglichkeit, mit Teleprompter zu üben. Wobei wir empfehlen, auch das natürliche Sprechen zu trainieren, weil es halt eben natürlicher rüberkommt. Die Trainingsmodule können kurz sein, also ein bis zwei Stunden oder ein halber Tag. Es gibt auch Themen, die wir intensiver trainieren. Und es bestünde die Möglichkeit, nach einem Training gleich mit einer effektiven Produktion fortzufahren. Ein Medientraining ist sicher ein Investment für die Zukunft, für jedermann. Egal, wie oft man schon präsentiert hat. Es ist nicht dasselbe, vor einer Kamera zu stehen, sich kurz zu artikulieren, wie wenn man eine Live-Präsentation halten kann. Tja, und der Spassfaktor soll natürlich auch nicht zu kurz kommen. Wir sind zwei Leute, der Kameramann und ich werde das Training leiten. Ganz wichtig ist für mich, dass wir viel zu lachen haben und üben werden. Also, es ist ganz normal, dass man einzelne Statements halt 10, 20 Mal wiederholt. Aber zum Schluss hat jeder Freude, wenn er das Resultat sieht. Auf bald!